Im Lande in Österreich heran. So, die Zehnkämpfer haben zu Kugelstoßen begonnen. Eingeworfen wurde das ja schon von den Spezialisten heute. Aber jetzt sind wir natürlich in anderen Sphären hier beim Kugelstoßen der Zehnkämpfer. Da gibt es natürlich auch Riesenunterschiede, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Und da zählt Dominik Distelberger, ehrlicherweise muss man das sagen, nicht zu den Top-Leuten. Aber er ist jetzt gefordert, er hat seinen Weitsprung wirklich verpatzt. Wir sind froh, dass er noch dabei ist. Gar keine Frage, denn das hat nicht gut ausgesehen nach zwei Fehlversuchen. Dominik Distelberger kommt als Zwölfter in der Gruppe A dran, also als Letzter. Kevin Meier in der Gruppe B. Der Stöster an die 15 Meter, Bestleistung bis jetzt 14,95, heuer 14,67 und der Franzose freut sich schon wieder. Das muss einen Grund haben. Der Grund ist 15,14 Meter entfernt. Dort liegt nämlich die Kugel und das ist eine persönliche Bestleistung für Kevin Meier. Seine zweite nach dem Weitsprung. Und der Mann ist drauf und dran, die Deutschen hier herauszufordern. Da braucht er auch solche Leistungen, denn die sind auch nicht von schlechten Eltern, die Werte, die Kasmerik, Abele und Freimuth bisher gezeigt haben. Und Rico Freimuth ist ein sehr guter Kugelstoßer unter den zehn Kämpfern. Beginnt mit einem guten 14er. 14,39. So wie es auch im Weitsprung angegangen ist, eine sichere erste Leistung. Das gibt dann mal Punkte und dann kann er ja noch nachlegen womöglich. Ilko Sint-Nicolas, Gesamtzweiter, auch dank einer Top-Leistung im Weitsprung. Er ist im Kugelstoßen nicht ganz so stark, wie die zuvor erwähnten Meier und Rico Freimuth. Der Beste nach seiner Kugelbestleistung ist übrigens der Norweger Riese, der in Kürze kommt. Oleksi Kassianow und Adila Sivotski. Der allerdings mit Klammer, denn der Routelier ist ja lang nicht mehr so gut, wie er in seiner besten Zeit war. Ja, da haben wir jetzt schon Lars Wickern-Riese. 15,94 in seinem besten Zehnkampf. Da fehlt ihm noch etwas. Riese zählt jetzt nicht zu den Medaillenaspiranten. 16,60 hat er sogar schon einmal gestoßen. Aber für eine Einzelbestleistung hier ist er auf jeden Fall zu haben. Der Franzose Geoffroy hat schon die 15 Meter genauso wie der Russe Sviri-Dorf überboten. Dominik Distelberger hier wirklich am Ende des Feldes mit 13,02 Bestleistung. Das heißt, er wird unter einem 13. Gesamtrang sicher nicht viel aufholen können. Auch Thomas von der Pleizen ist kein unbegügt begnadeter Kugelstoßer. Aber der kommt da an die 14-Meter-Marke heran. Würde man sich jetzt nicht täuschen lassen. Die eine Gruppe hat als Markierung die 14- und 15-Meter-Linie. Die schwächere Gruppe sozusagen, in der er auch von der Pleizen stößt, haben die 13- und 14-Meter-Linie. Aber nichtsdestotrotz, mit 13,35 ist er schon sehr gut gestartet. So, da wird jetzt das Bild hin und her geschalten. Gruppe B, das ist die gute sozusagen, mit A zu Abele. 15,11 Meter. Euer schon. Geschafft. Das war sehr gut, dieser A zu Abele, der wie gesagt, fünf Jahre lang mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Lange nicht mehr an seine Rekordmarke aus 2008 von Ratingen herangekommen ist. Hat sich pünktlich zur Europameisterschaft wieder fit zurückgemeldet. 15,15 Meter. Das ist nicht nur die größte Weite, sondern eine persönliche Bestleistung. Genauso wie für Kevin Meier. Also so gut aus dem Zehnkampf bei dieser Europameisterschaft tut, so hart ist das natürlich auch für Dominik Distelberger. Und jetzt wieder ein 14-Meter-Stoß von Sprenow. Das könnte die nächste Bestleistung werden. Schnell A to Abele 2005, Junioren-Europameisterschaft Silber. Also der war schon ein guter als Junge. Da haben wir ihn auch schon. Wie gesagt, da geht es um eine 13-Meter-Leistung oder ein bisschen mehr. Wäre gut. Ich glaube, die erste Linie ist nicht 13, sondern 12 Meter. Da habe ich Ihnen vorhin etwas Falsches gesagt. Das bedeutet, dass Dominik Distelberger hier wohl im Bereich 12,5 Meter landen wird. Er ist auch nicht zufrieden. 12,66. Er hat einen Wert stehen im Ergebnis, aber da muss noch mehr kommen. Läuft noch nicht nach Wunsch für den Dominik. Arthur Abele, der hat schon einen super Stoß hingelegt. Der geht jetzt sogar in Richtung der 16 Meter. Also die Deutschen zeigen hier mächtig auf. Der erste war 15,15 Meter. Der ist jetzt 15,39 Meter. Wahnsinn. Erneut verbessert er seinen eigenen Rekord. Und jetzt ist sie ja Dominik Distelberger jetzt. Muss er noch was drauflegen zu den 12,66? Unbedingt. Vielleicht geht es in Richtung dieser 14er-Linie. Besser. Bereich 13 Meter. Aber wir wollen ja eine Steigerung gegenüber seiner Bestmarke. Er will es natürlich am meisten selbst. Ein bisschen eine Reaktion. Wieder zwiespältig. Gerade in den Würfen, da hat er das meiste Aufholpotenzial. 12,93 ist eine Steigerung. Ein 60-jähriger Ungar, der wieder zurückkehrt sozusagen ins Wettkampfgeschehen. 15,04. Oh, ich wollte gerade sagen, das war einmal. Ja, eh. Weil er jetzt ist noch besser. Bis jetzt war Attila Siewoczka natürlich weit entfernt von dem, was er eben in den besten Jahren, vor knapp zehn Jahren leisten konnte. Aber die 15,96, die er irgendwann einmal in seinem besten Zehnenkampf geschafft hat, sind gar nicht so weit weg. El-Kusik-Nikolas. Er ist schon über 14 Meter gekommen und tut das noch einmal. Für uns ein kurioser Zehnenkampf würde ich sagen, denn da gibt es ganz starke Leistungen. 14,28 Meter jetzt für den Niederländer. Nur drei Zentimeter unter seiner besten Leistung ever in einem Zehnenkampf. Und auf der anderen ist er 31. Und wir sind bei Dominik Disselberg, auch der kämpft. Nur noch für ihn läuft es nicht nach Wunsch. Also die großen Namen bis jetzt natürlich im österreichischen Team nicht so erfolgreich. Berthe Schrott ist ausgeschieden, definitiv. Da ist auch die Laufleistung 13,31 sicher für sie eine Enttäuschung. Und Dominik Disselberger, der wollte da die 13 Meter schon überbieten im Kugelstoßen des Zehnenkampfes. Letztlich sind es, werden Sie gleich sehen, 12,78 Meter. Damit bleiben die 12,93 aus dem zweiten Versuch in der Wertung. Aber wieder ein paar Punkte, vor allem im Jahr 2012. Ein großer Rückschritt. Wie ein großer Rückschritt aussieht, sagen wir so. Noch ein paar Kugelstöße der Zehnenkämpfer. Wir sehen ein paar Athleten, die sicherlich zufrieden waren mit ihrer Leistung. Dazu gehört André Krautschanka. Ja, das ist ja ganz interessant. Krautschanka, der ja eben eine Wahnsinns-Bestleistung stehen hat, der ja schon in Peking ganz stark war 2008. Er ist am Weg zurück mit den 34-Jährigen. Sicherlich auch motiviert, ist Vater geworden im Juni. Sein Sohn auf die Welt gekommen. Und ja, er wird vielleicht auch einmal mehr Kämpfer. André Krautschanka wird wieder zu einem guten Mehrkämpfer. Der Sieger von Götz ist 2007 der Olympia-Zweite von Peking. Schau, jetzt freut er sich schon. Zuerst war er verärgert. 15,19 Meter, persönliche Bestleistung. Das kann ich jetzt nicht ganz unterschreiben. Er hat schon 15,42 auch einmal gestoßen in einem. Mehrkampf, aber er ist nah dran und ganz egal. Das ist super. Adela Szywocki, vielleicht sogar mit einem Disziplinensieg, der Senior. Und das sind natürlich Punkte und Werte, die sehr viel einbringen für die Herren, die wir hier sehen. Und wieder sind da einige Bs in Kombination mit S oder P. Genau, das hätten wir gern gesehen, neben Out. Sie sehen, die ersten 20 haben wir hier schon aufgelistet. Nicht, dass das überraschend ist. Dominik Disselberger, 24. Aber 12,93. Alpermeter mehr wären schon wieder 30, 40 Punkte gewesen. Das tut natürlich weh. Denn wir haben schon spekuliert, und das war durchaus realistisch, muss ich ehrlich sagen, in Richtung Platz 5, 6, wenn alles perfekt läuft. Davon sind wir schon weit entfernt. Jetzt ist ein Top 10 natürlich auch schon sehr schwierig, vor allem wenn wir schauen, wie knapp die Besten, die wirklich sehr, sehr gut abschneiden, beisammen sind. Rico Freimuth, Goldfavorit, Sechster, obwohl der kann sich gar nichts vorwerfen. Und der Rückstand ist auch offen. Er hat einen sehr guten Wettkampf. André Krautschanker, Siebenter. Also die Siebender vorn mit Krautschanker jetzt, die sind wohl die Kandidaten auf die Medaillen. Van der Plätzen, der muss auch schon nachlegen. Und dann kommt schon eher die zweite Kategorie. Dominic Disselberger, 18. Da im Moment 250 Punkte zurück mit 2, 3, 92. Nur zum Vergleich in Götzis, auch wenn er...